Marco Höger vom 1. FC Köln hat die Freistellung von Trainer Markus Anfang als folgerichtig bezeichnet und dessen fehlende Flexibilität kritisiert. Bildergalerie 2 Bundesliga, Aufstiegscheck mit Köln, HSV, Paderborn, Union Berlin 27 Bilder, ich will nicht sagen eingefahren, aber er war sehr darauf versteift, sein System zu spielen, sagte Höger im exklusiven Interview bei Sky Sport News HD. Anfang sei ein Stück weit distanziert gewesen, dennoch sei das Verhältnis zur Mannschaft intakt gewesen. Der Vizekapitän des Spitzenreiters nahm aber auch die Mannschaft in die Verantwortung und gab dem gesamten Team Mitschuld an der bereits dritten Schwächephase der Saison. Meist gelesene Artikel Fußball, 3 Liga-Milliardär vor Einstieg bei Lautern Fußball, Champions League, Windebig lässt Ajax jubeln Fußball, DFB-Pokalfinalshirt von RB sorgt für Wirbelfußball, Champions League Klopp, so werden wir zu Legenden Motorsport, Formel 1, das Vermächtnis des Erden Senna. Ein Trainerwechsel ist immer ein Zeichen dafür, dass es im gesamten Team, Trainerteam und Mannschaft, nicht geklappt hat. Daher würde ich es auch als unser Scheitern ansehen, sagte Höger. Dennoch sei die Entlassung des Coaches ein Stück weit folgerichtig gewesen, denn den Verlauf der Saison haben wir uns alle anders vorgestellt, jetzt das aktuelle Trikot des 1. FC Köln bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige Let's Block, It's Wai!